jo leute willkommen zurück im gurkenland haha also ich finde es lustig dass der im letzten talk über flotter gesagt hat also ip vom server ist einfach ich weiß nicht ich habe hundert folgen lang die ip vorne und hinten beworben und die videos haben so circa null klicks und deswegen ja bin ich da ein bisschen nachlässiger geworden aber im letzten flatter video hat der dude ja gesagt er macht es auf deutsch weil es kaum deutsche flatter sachen gibt aber wenn man mal durch youtube geht so wie ich das mache und nach creative comments filtert dann findet man eigentlich nur deutsche flatter videos naja wir sind jetzt wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt nach unserem lizenzen trip ein bisschen auf dem flatter trip der hat mich gehoogt mit dem letzten video war dann doch eine ganz gute werbung hier für flatter an der stelle ich habe angebissen mal sehen wie viel man da so mitnehmen kann wenn man sich hier so seitens briesen lässt und wir schauen was von dem media ccc de channel vom deutschen chaos computer club überhaupt nicht deutschen computer club i don't know schauen wir hier gpn 19 moderne app programmierung mit flatter und dort ein video von 2019 mit fast 3000 aufrufen 2500 aufrufen ich sag gerne fast aber so seid ihr im hype gut also der du ist auf jeden fall im hype zeigen bekommen dass es langsam losgehen kann es kommen nur noch ein paar rein ja ich war nur sekunde meine base steht noch das doch schon mal haben derweil kann ich ja dafür schon mal bedanken für die super organisation also ich finde es ja hier so faszinierend dass das alles so toll klappt und ja begrüße dich jetzt hier alle nochmals zu dem vortrag und auch zur gpn nochmal und ja ich stelle mich auch kurz vor also mein name ist dieter meiler ich bin von der uth amberg weiden die kennt wahrscheinlich auch keiner wobei man weiß es nicht genau also es ist so das ist eine hochschule in bayern ostbayern oberpfalz ich weiß nicht den ersten den ich hier getroffen habt der war genau aus amberg und ich habe jetzt auch schon ein paar andere oberpfälzer hier gesehen also das heißt vielleicht ist doch nicht so unbekannt aber es ist halt eine fachhochschule kann man sagen und da kann man das eben auch informatik als studium nämlich medieninformatik und industrie 4 0 informatik und und auch medientechnik das passt auch schön hier an zkn finde ich und es ist so dass ich da eine lehrveranstaltung gemacht habe jetzt einmal aushelfsweise letztes semester letztes wintersemester also schon fast wieder jahre und da ging es eben um abprogrammierung und dann sollte ich ihm diese veranstaltung labert der junge lange ich muss noch kurz ein bisschen vorspulen hier und auch wirklich was programmieren kann damit jetzt bloß mal eine frage ins publikum wer hat denn schon mal was mit flatter gemacht das mal interesse hat eine programmierspiele gibt schon eine zeit lang auch von google entwickelt so mit go zusammen mit wem zusammen ja die ist so ähnlich finde ich jetzt wie java c sharp c plus plus gibt es jetzt in der version 2 mittlerweile ja kompiliert auch irgendwie zu nativen armcode wohl auf dem handy und das ganze eben ahead of time das heißt das ganze soll auch sehr schnell sein das kann ich auch bestätigen hier sieht man mal so eine hello world main funktion die unterscheidet sich jetzt eigentlich kaum zu anderen programmiersprachen ich kann aber die kamer dann starten mit dem dart kommando über die kommando zeile also ganz mal kurz zeigen dass es da wirklich funktioniert mal schauen also hier einfach hallo ausgeben funktioniert natürlich hier klar also kein thema das ganze muss man eben nicht erst kompilieren und dann starten das funktioniert halt im wesentlichen auch so ähnlich wie man es halt so auch von gewissen sprachen erkennt also das problem ist man weiß dann ist es jetzt irgendwie so eine dynamische sprache wie python oder ist es jetzt so eine sprache wie c plus plus oder so da gehe ich gerne mal kurz drauf ein ja sowas wie java würde ich sagen also ich habe jetzt einmal das ist ganz interessant finde ich diese typen die es da gibt möchte ich mal durchgehen also man muss auch dazu sagen dass dort eben eine typisierte sprache ist aber auch dynamisch also das ist irgendwie erst einmal der widerspruch in sich natürlich aber man kann tatsächlich beides machen also es gibt dieses keyword wie hier war dann wird einfach der typ im prinzip durch typinferenz herausgefunden vom system jetzt geht es aber der typ ist trotzdem quasi fest also ähnlich gibt es ja auch in anderen sprachen mittlerweile ich gehe mal ich habe ja nicht so viel zeit ich muss mal schauen dass ich da in der zahl bleibt es gibt zwei zahlen es gibt int und double lustigerweise also int ist im prinzip der typ für die ganzen zahlen es gibt auch nicht sowas wie long oder so oder short oder so und es gibt dann noch double als eben typ für rede zahlen und nicht sowas wie float das ist irgendwie seltsam das ist so also wie gesagt das steht hier für ganze zahlen für reelle zahlen jetzt denken sie ja das ist ein bisschen wenig aber das ist so dass eben das system wohl raus findet wie groß mein platzbedarf ist im speicher und dann eben genau den entsprechenden platz reserviert für eben long oder für int oder so und auch für jetzt zum beispiel bei double könnte es auch sein dass es eine float wird wenn ich jetzt nicht mehr speicherplatz verbrauche also das heißt das wird dann dynamisch rausgefunden ich persönlich hätte es vielleicht lieber float genannt was irgendwie halt passender wäre für fließkommazahlen aber wahrscheinlich ist es so dass es eben die obergrenze ist für die größe der zahl dass das eben entspricht vielleicht so ein double typ in java oder so genau es gibt dann eben natürlich so ein wahrheitstyp der kann natürlich true oder false sein was mir erst vor kurzem so dann richtig aufgefallen ist das ist auch dass wenn man die nur deklariert also wenn ich jetzt irgendeine poolche variable deklariere dann hat die erst mal den wert null das heißt alle variablen die ich deklariere erst einmal diesen nullwert das heißt eigentlich kann es diese poolche variable auch irgendwie drei werte haben also null true und false und das null ist aber auch nicht voll da muss man aufpassen also wenn man da quasi einen vergleich macht und auch false prüft dann ist das nicht gibt es ja auch zwei und drei gleich deswegen muss man da ein bisschen aufpassen es gibt natürlich dann einen string typ das ganze ist auch finde ich ein bisschen so gemacht worden von google denke ich dass ich da auch java programmieren die eben mit android programmiert haben sehr wohl fühlen das Gefühl habe ich nämlich auch es gibt dann was der typ laut las mir nicht die ohren weg es gibt dann auch so einen typ der da kann man einfach irgendwelche labels mit so einem hash vorne dran eben speichern um jetzt irgendwelche was weiß ich Sachen zu labeln eben es gibt aber auch e-nams also ich erzähle jetzt auch nicht alles ich geh jetzt bloß mal kurz über ein paar wichtige Sachen durch also e-namen gibt es auch aber es gibt natürlich auch sowas wie symbol es gibt dann einen typ function und man kann natürlich hier Funktionen drin speichern in so einer variable da gibt es auch eine schöne kurzschreibweise so lambda schreibweise natürlich wie man es mittlerweile auch kennt für die Programmiersprachen ja also dann eben die Parameter in Klammern und dann den Pfeil und dann eben einen Ausdruck und der fat error der nennt sich irgendwie fart habe ich jetzt auch gelernt der Douglas Crockford hat das so genannt irgendwie also für fat error irgendwas hat der nicht gemacht hat er nicht gemacht hat er nicht gemacht Leute ich bin grad wieder zu euch das Teile heißt einfach fart Und dann eben die einzelnen Kommandos, mit Return dann allerdings. Hier wird ja dann der letzte, also der Ausdruck direkt evaluiert und zurückgegeben. Man kann auch interessanterweise immer irgendwie die Typen auch weglassen. Das heißt, dann wird das irgendwo dynamisch gebildet oder halt irgendwie auch durch Typ-Inferenz gebildet. Das Schöne ist, also das finde ich auch was da, was mir auffällt beim Programmieren ist, dass man natürlich jetzt, wenn man eine schöne Entwicklungsumgebung hat, nicht einfach nur einen Editor, dann hat man auch eine ganz tolle Autovervollständigung, kann ich gleich zeigen, und kriegt dann also wirklich tolle Tipps, wie das Ganze eben zu programmieren ist, also was fehlt oder so, irgendwelche, was weiß ich, Implementierungen und so weiter, die man dann eben angeboten kriegt. Das habe ich natürlich nicht bei so Sprachen, die so dynamisch sind wie bei JavaScript oder so. Und deswegen finde ich, ist das eigentlich eine sehr angenehme Art zu arbeiten mit dem Ganzen. Muss man auch dazu sagen, also das Dart von ganz früher, wie es eben von Google gemacht worden ist, in der Version 1, war ja eher so eine Art Ersatz für JavaScript irgendwie im Browser. Das war dann in Google Chrome lief das eben. Und deswegen hat es eigentlich auch einen schlechten Ruf bekommen, weil es eben so eine Art Konkurrenz von Google für JavaScript sein sollte. Aber ich muss sagen, also so in dieser Version, wenn man es jetzt hier so sieht, ist es eben definitiv ganz was anderes als jetzt JavaScript. Es ist schon mehr so in der Richtung, in der Liga C Sharp und Java, würde ich sagen. Also da ist das Ganze angesiedelt und es ist auch nicht mehr dazu da jetzt, um nur im Browser zu laufen, sondern es gibt die Serverimplementierung, es gibt eben diese plattformunabhängige Flutterprogrammierung. Ich gehe das deswegen bloß nur, weil man zum Teil den Code gar nicht direkt versteht und weil halt ein paar Sachen mir aufgefallen sind, die auch in Flutter immer wieder drankommen. Also das heißt, das sind die wichtigsten Sachen, die man wissen muss, um jetzt mit Flutter auch zu programmieren, weil das immer wieder drankommen. Also Lambdas kommen dran, es kommen verschiedene andere Sachen dran, zum Beispiel Listen. Man kann jetzt eben hier so eine dynamische, also Listen sind immer dynamische Arrays in dem Fall, da wenn die so echte Klammern außenrum haben, da kann ich natürlich, wenn ich jetzt keinen Typ angebe, auch wirklich verschiedene Sachen speichern. Dynamisch im Sinne von Typen, die drinnen gespeichert werden oder von der Länge. Das heißt, das ist der Typ, das ist so eine Generics-Notation eben. Und das gibt es auch, also es gibt auch, das habe ich aber nicht auf den Folien drauf, sowas wie eben Typ-Parameter gibt es auch, also Generics. Und da kann ich natürlich sagen, ich hätte jetzt gerne nur eine Liste, wo nur eben, was weiß ich nicht, Komma-Zahlen reinkommen oder Reale-Zahlen, das kann ich machen. Es gibt da noch einen Typ Map, der ist eben so ein Key-Value-Typ, wie man es eben auch von JSON kennt, dass ich sage, ich habe eben einen Index, also einen String, als eben Key und als Value eben dann irgendwas anderes. Und das kann man auch machen. Das Ganze ist dann vom Typ Map. Man kann das dann auch natürlich irgendwo so ähnlich verschachteln, wie jetzt mit einer JSON-Struktur auch natürlich. Man kann dann auch zum Beispiel hier auch eine Funktion mit reinbauen. Also ist schon noch so das Schauber-Skript-Erbe, das sieht man dann schon noch irgendwie da aus dem Ganzen. Das ist da schon noch irgendwo drinnen, natürlich. Ja, genau. Was auch noch interessant ist, das habe ich da nur darunter gemacht, es gibt Type-Dev als Keyword. Und da kann ich zum Beispiel, weil hier bei diesen Funktionen, da habe ich ja das Problem, ich weiß jetzt gar nicht, was die Funktion für eine Signatur hat. Ja, jetzt schwitzt mein Server, aber auch. Leute, ich muss kurz mal nachschauen, was zum Server geht. Ja, aber er ist immer noch bei 100, also von der CPU her, aber er macht Geräusche. Ja, jetzt, wenn das Video nicht mehr spielt, dann entspannt er sich. Aber wenn das Video nebenbei spielt, nicht über den... Oh, da hinten, da gibt es eine Treppe. Oh, ich Idiot. Ja, ich denke, das passt so. Das kann man hier als... Gut, aber die werden da alle reinfallen, weil die alle blöd sind. Okay, dann machen wir das so. Okay, ja, nee, Server-Auslastung sieht noch. Sieht noch gut aus. Funktion angeht mit dem Type-Defener. Da sage ich eben, myFunction, das ist jetzt der neue Typ und der hat diese Signatur-Rückgabewert. Kann sein, dass Schattenes 4 nicht recht ist als ein Stein-Axt. Dann kann ich sagen, myFunction, Fuh gleich mit xReturn xx. Und dann habe ich im Prinzip so eine eigene Funktion definiert. Muss man auch wissen, weil manche Sachen in Platter eben diese Dinge auch nutzen. Und jetzt, um da mal reinzukommen, das ist natürlich so, dass das Ganze irgendwo so ähnlich funktioniert. Also ich denke mal, irgendwann wird das wirklich soweit sein, dann werden die, denke ich mal, wie in Java, also das habe ich jetzt mal bewusster gemacht, dass man mal ein Beispiel nimmt, das eben genauso in Java auch funktionieren würde. Also das heißt, da brauche ich auch nicht mehr dazu erklären, denke ich. Ich denke mal, die meisten wissen ungefähr Java-Programmierung, weil Handtobler kennt sich einigermaßen aus. Ja, da habe ich mir gedacht, also alle. Und, also das kann jeder lesen, das sage ich jetzt an, ich sitte mehr dazu. Man kann dann eben das Ganze verwenden. Ich sage Person, Ge, gleich mit Börsen und so weiter. Genau, also das heißt, in zwei Dateien. Man kann das aber jetzt auch in Dart, und das gefällt mir eigentlich ganz gut, sehr verkürzen. Also fangen wir mal vielleicht mit dem Konstruktor an. Da kann man nämlich folgendes machen, dass man zum Beispiel diese RIS Punkt Name gleich Name gar nicht mehr machen muss, diese Zuweisung, sondern man kann das quasi in einer Zeile machen. Ich sage einfach Person, RIS Punkt, Bauname, das ist dann gleich die Zuweisung zu den Objektvariablen, und dann habe ich das dann gleich drin, dann war ich da hinten einen Strichpunkt, und dann ist es schon fertig. Also das heißt, ich habe das in einer Zeile. Was hier noch auffällt, ist, ich habe keine, also es gibt es auch wirklich nicht, es gibt kein Public, Private und Protected. Es gibt nur den Unterstrich, und der bedeutet eben geschützt. Das heißt, das ist so etwas wie Package Local in Java. Mehr gibt es nicht, es gibt eben nur Public und Package Local, kann man sagen. Es gibt aber noch Getter und Setter, das gibt es auch noch, da kann man auch noch ein bisschen was machen. Ja, also, die haben halt sich gedacht, die nehmen nur das Notwendigste da mit rein, was ihnen eben nötig ist. Der Unterstrich, der ist so ein bisschen, wie man es jetzt so kennt bei Python vielleicht, bloß da hat es ihnen keine Auswirkungen, also das heißt, da kann ich ja trotzdem darauf zugreifen. Also das ist jetzt nicht nur eine Konvention, sondern das ist auch wirklich jetzt dazu da, um das zu schützen, sozusagen. Wenn ich von einem externen Paket kann ich das dann nicht sehen, das Ganze, genau. Es gibt auch, so kann man auch alles nachlesen, habe ich auch noch irgendwie Quellen noch mit dabei, irgendwelche Coding Styles, also Coding Conventions und so weiter, die sind teilweise ein bisschen anders, als man es kennt. Jetzt vielleicht noch diese String-Auswertung, die kann ich auch noch mal kurz erwähnen. Das heißt, Variablen in Strings, kennt man auch aus anderen Sprachen, werden mit Dollarzeichen eingeleitet, das ist vielleicht ein bisschen von PHP inspiriert. Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Don't trust me? Soll das don't trust me heißen? Ist das ein neues Wort dann? Du? Also, russische Aussprache ist am Start. Das ist ein neues Wort dann. Da werden dann quasi die Variablen direkt evaluiert. Ich kann auch ganze Ausdrücke machen, indem ich dann geschweifte Klammern außenrum mache und kann dann quasi die Strings direkt eben hinschreiben, was natürlich sehr angenehm ist. Was hier nur auffällt, da unten, ich muss dieses New Keyword nicht nehmen. Das heißt, wenn ich einfach nur Person mache, dann ist das das gleiche wie New Person. Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt für Java-Programmierer, aber eigentlich braucht man es ja wirklich nicht mehr. Das heißt, da wird ein Objekt erzeugt. Das ist kein Aufruf, kein statischer, sondern wird ein Objekt erzeugt in der Variable p gespeichert. Und wenn ich das als hier wahr schreibe, dann ist das trotzdem quasi statisch typisiert, weil ich kann es dann nicht mehr ändern. Ich kann eben dieses P dann kein anderes Objekt mehr speichern, außer dem Person. Ja, gut, es gibt dann noch bei den Konstruktern noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel, ich kann optionale Parameter hinzunehmen, indem ich die mit eckigen Klammern einschachtel und denen dann Standardwerte gebe. Das heißt, die haben Standardwerte und die werden eben dann, wenn ich es nicht verwende, die Parameter automatisch verwendet. Das heißt, ich spare mir das, was ich bei Java habe, dass ich mehrere Konstruktoren schreiben muss. Ich habe nur einen Konstrukt, da schreibe ich alles rein und dann warst du es eigentlich. Das macht das Ganze natürlich viel angenehmer irgendwo. Und wie gesagt, der Zugriffsschutz, den kann man hier auch noch ein bisschen mit Gettern zum Beispiel machen, weil ich sage, ich kann jetzt überhaupt in diese Variable Info gar nicht schreiben, sondern ich kriege nur einfach zum Beispiel diesen Stream raus. Oh, das sind das für ein Getter und Setter. Das sind die Synthux. Ja, und das ist halt dann eben auch mit dieser Landa-Synthux-Tobel. Farts, Leute, Farts. Und dann eben das raushalten. Wer hat sich gedacht, dass das eine gute Idee ist, das so zu nennen? Und eben die Aufrufe, die Aufrufe dann. Kann man ja dann mal genau anschauen. Das abtippen, das spare ich mir jetzt, weil sonst komme ich da hier nicht durch. Aber es geht wahrscheinlich weg, wenn man damit ein bisschen arbeitet, dann hört man das gar nicht mehr. Es gibt sogenannte Mutable-Klassen, das heißt, die sind einmal, die Objekte sind unveränderlich im Prinzip. Dazu muss ich Kunst vor den Konstruktor stellen und die ganzen Objektvariable, die werden dann eben Final. Und dann wird es einmal zugewiesen und dann ist das quasi ein Mutable-Objekt, das sich nicht mehr verändern kann. Das ist ganz interessant, weil eben viele sagen dann in Flutter auch so funktionieren, dass die entweder Mutable sind oder nicht. Was hier noch dazu kommt unten, da sieht man schon, da gibt es noch was anderes. Es gibt so Konfigurationsdateien, die man an sich dann eben, das sind so YAML-Dateien. Die heißen dann immer Pupsback oder Pupsback.YAML. Und da kann man in dieser YAML-Syntax eben zum Beispiel die dependencies festhalten. Ja, ich weiß schon, steht für Public, Publixback, Publixback. Und diese Klasse braucht auf jeden Fall dieses Meta-Package in einer gewissen Version. Und dann kann ich eben mit diesem Package-Manager, den es da auch gibt, von Dart im Pub-Get, dieses Package gleich mit installieren. Das heißt, da gibt es auch einen Package-Manager. Den gibt es dann bei Flutter auch nochmal, der heißt dann nicht Pub, sondern Flutter. Ja, interessanterweise, da heißt dann Flutter-Get. Ja, das sind wieder die Aufrufe, das gleich nochmal. Man kann auch Annotationen programmieren, also diese, was man auch in Java und so weiter kennt, dass man diese Ad mit Ad required zum Beispiel, so eine Annotation, die eben bei Meta mit drinsteckt. Das heißt, ich brauche diesen Parameter unbedingt. Und ich kann mal das eben sowas selber programmieren, indem ich da eine Konstante und eine Klasse mache. Ja, das ist dann auch so eine Konvention, dass ich dann die Klasse groß schreibe, diese Annotation. So, ich will es noch schaffen, dass ich meine Frames unter 10 bekomme. Momentan sind die Frames eigentlich immer über 10. Und es ist noch viel zu viel spielbar mit 10 Frames. Annotationen selber machen, ist auch schöner als in Java, finde ich, weil eben die Syntaxe das Gleiche und die Gleiche ist in der Situation. Ja, die Vererbung geht natürlich genauso. Also, wie man es halt so kennt, es gibt, wir Teamklasse, Person wieder oder Person. Es gibt dann auch abstrakte Klassen, Abstract Klasse und ich kann dann sagen, okay, Student Exitience, Person und dann erbt ihr natürlich alles von Person, die Student Klasse. Was es nicht gibt, sind Interfaces, also sowas wie dieses Keyword Interface gibt es nicht. Das muss man dann eben alles mit abstrakten Klassen machen, aber im Prinzip, wenn man keine Methoden implementiert, ist ja das im Prinzip wie ein Interface. Also, wir haben das Interface-Keyword einfach weggelassen. Was man hier noch sieht, es gibt erstens mal der Super-Konstruktor, den rufe ich dann hier mit wie in C-Sharp, mit Doppelpunkt-Super oder wie in C++ auch auf und reicht dann eben da die einzelnen Parameter von dem Konstruktor durch an die Elternklasse. Es gibt noch, da kann ich auch Asserts mit reinbauen, dass ich sage, Asserts, gewisse Sachen müssen eben, Bedienungen müssen eingehalten werden, die kann ich da auch noch mit einbauen. Es gibt auch noch sowas wie Mix-Ins oder es gibt Mix-Ins und es ist dann natürlich so eine Art Mehrfachvererbung, das heißt, ich kann da irgendwas mit einklinken, irgendwelche Aspekte, dass ich sage, ich hätte gern zum Beispiel den Mix-In-Runner mit drinnen, das eben, was weiß ich, lernen kann. Ich meine, es kann jemand anders lernen, es kann aber auch jemand anderes lernen. Dann kann ich das natürlich damit einbauen, das ist natürlich auch vielleicht eine ganz sinnvolle Sache. Dann, was interessant ist, sind solche Dinge wie diese Async- und Arrayed-Keywords, die eben jetzt nicht blocken. Das heißt, man kennt es ja vielleicht auch von JavaScript und so, das ermöglicht halt sowas wie Single-Threaded-Anwendungen, dass ich sage, ich mache was und danach passiert irgendwas. Also, das heißt, hier, da kann ich das Async-Package noch einbinden, muss ich aber heutzutage nicht mehr bei der 2.0-Version. Und da gibt es eben sowas wie Futures, das heißt, und die können auch irgendwas warten. Das heißt, ich kann hier sagen, war das in Dart oder irgendwo anders? Das gibt mir ein Future-Objekt, dann kann ich Punkt-Then sagen und wenn das quasi ausgeführt worden ist, dann wird der Code da drinnen ausgeführt. Irgendwo erkenne ich da den Begriff Futures. Ja, und das heißt, wenn ich diese Foo-Methode anschaue, dann wird eben dieser Aufruf gemacht. Und dann wird aber gleich oder danach, das weiß ich nicht, eben diese Zeile ausgeführt. Und dann, wenn eben dieser File-Path eben angelegt ist, das File, dann wird erst dieses Dan ausgeführt. Das heißt, weil das Ganze wird eben mit Async gekennzeichnet. Es wird ein neues File eben erzeugt, natürlich mit dem Namen, den ich hier habe. Und es wird dann so lange gewartet, das geht ja auch nicht instantan, bis das File eben angelegt worden ist. Und dann wird der Fahre-Dienst zurückgegeben. Und zwar nicht als String, sondern als Future-String. Und dann wird eben mit dem Punkt Dan eben dieser String dann da wirklich wieder weiterverarbeitet. Das hat man natürlich in Flutter auch relativ häufig. Dass ich hier einfach irgendwie nicht blockende Sachen programmiere. Und das macht es zum Teil ein bisschen anstrengend auch, das Ganze, weil ich immer nicht weiß, was wann passiert oder so. Und das ist natürlich schon auch ein bisschen ein Nachteil. Aber ich denke, es ist immer noch besser als irgendwelche Threads oder so. Weil es ist schon irgendwo klar, wer JavaScript programmiert, der weiß auch ganz gut, wie das irgendwie funktioniert. Irgendwie mittlerweile. Also da merkt man schon auch diese Verwandtschaft zu JavaScript. Gut, da gibt es noch ein paar Quellen dazu. Homepage, Sample-Code. Es gibt verschiedene Dart-Pad. Da kann man quasi im Browser mal probieren und programmieren und so weiter. Es gibt da sehr gute Dokumentation. Und da sieht man auch, dass Google das ernst war, denke ich. Auch mit Flutter und Dart. Weil die Dokumentation sehr gut ist mittlerweile. Also die Online-Dokumentation. Genau. Es gibt diese Coding-Conventions. Das ist auch interessant, weil sich die teilweise unterscheiden. Jetzt wollte ich noch ein bisschen was über Material Design noch sagen. Weil nämlich das im Prinzip dieses Design-Paradigma ist, mit dem eben jetzt das ganze Flutter eben arbeitet. Und das ist so, das ist eigentlich schnell erklärt. Es gibt ja, was früher bei Apple da war, diese ganzen gläsernen Dinger oder so. Oder auch bei Windows mit den Kanten, die so irgendwie abgefasst waren. Das nennt man irgendwo Skeomorphismus. Das ist im Prinzip, man tut so, als ob es irgendwas ist. Nämlich echt. Das ist aber nicht echt, sondern das sieht ja nur so aus. Also das ist einfach so eine Art Täuschung. Und dann hat sich natürlich da damals eben Microsoft vorgewagt. Und hat sich gedacht, jetzt machen wir alles komplett flach. Das war ja schon mal echt revolutionär dann auch. Im Gegensatz zu dem, was früher alles da war. Das war auch schick. Und jetzt hat eben Google, und ich denke auch die anderen sind ja dann, die waren dann die ersten mit dem Material Design. Da ist natürlich auch jetzt Apple auch wieder mit dabei. Die haben sich dann gedacht, die machen so eine Art Mischung aus dem Ganzen. Das heißt, die geben dem dann irgendwie Schatten im Prinzip. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, wie so, und das ist wohl auch diese Metapher, die die da immer heranziehen. Das sind wie so Karten, die ich übereinanderlege. Also die haben tatsächlich auch eine Dicke. Das heißt, die haben so einen Density Pixel Dicke. Und die haben eine Höhe. Also die schweben dann. Das ist dann diese Elevation, die kann ich ja einstellen. Bei den meisten Flutter Widgets kann ich die einstellen. Und das heißt, das liegt irgendwie so übereinander. Und das ist halt so ähnlich wie von oben beleuchtet. Das ist eigentlich das. Das andere, was jetzt dieses Material Design noch ausmacht, das habe ich jetzt da nicht erwähnt, da kann man auch mal nachlesen, das ist einfach so was wie Animation. Also da wird halt viel versucht über irgendwelche Animationen. 8 FPS, 6 FPS, 7, Leute, 5, Jungs, wir haben es geschafft. Aber ich wünschte, ich hätte ein krasseres Gerät als nur ein Laptop hier, um das zu testen, ob man auch ein Desktop-Gerät mit einer hohen Hardware hier bezwingen kann. Weil das ist ja, man kann Karten quasi nicht plötzlich verschwinden lassen. Man kann die aus dem Screen rausziehen und rein tun. Da ist irgendwie Vogel-Geräusch im Nachbargebäude oder was weiß ich da außen, da tut sich was. Na gut, bloß nur für den Fall, dass man das auch hört, irgendwie vielleicht im Stream oder so. Da sind Geräusche von draußen. Ja genau, jetzt Flutter, was ist jetzt Flutter? Das ist eben jetzt vor allem ein UI-Toolkit. Es hat vor ein paar, eben, das war so Ende des Jahres, glaube ich, letzten Jahres meine ich, gab so Gerüchte, dass die eben jetzt innerhalb von zwei Jahren Google Android komplett einstampfen, hat es geheißen. Also das heißt, das war irgendwie so der Schock, wo man gedacht hat, da muss ich jetzt was anderes lernen. Das hat sich jetzt wohl mittlerweile anders dargestellt. Aber nichtsdestotrotz gibt es dieses Betriebssystem, das wird entwickelt. Die sagen jetzt, das ist nur ein Experiment, aber ich weiß nicht, ob man so viel Arbeit in einem Experiment steckt. Es ist auch so, dass natürlich jetzt das Flutter, das ist eben jetzt diese Oberfläche, der wird eben die Oberfläche für dieses Fuchsia-Betriebssystem entwickelt. Ja, egal, ich würde auch nicht zu viel darüber erzählen, dann kann man alles nachlesen auch. Es ist eben, diese Anwendungsprogrammierung läuft eben dann mit Flutter. Das Schöne ist, man kann jetzt schon mit Flutter natürlich programmieren, und zwar für Android und iOS, eben plattformübergreifend. Das ist ja das Schöne dran, also das funktioniert auch wirklich. Wobei, da gibt es natürlich Einschränkungen, erzähle ich vielleicht gleich noch was. Auf jeden Fall kann man damit schon was machen. Und es ist ja immer gut, wenn man eine Code-Basis hat, also das ist ja auch, es gibt ja andere Frameworks, die das natürlich auch leisten. Das Tolle an dem Ganzen ist aber, das muss man wirklich hervorheben, dass es jetzt nicht wie manche plattformübergreifende Frameworks so was macht, wie irgendwie ein Webbrowser auf und da irgendwelche JavaScript-Sachen rein projiziert, sondern es ist wirklich, quasi wird runterkompiliert zu nativen Arm-Code. Hä, ich dachte, das ist alles ein Canvas. Und dann kann man eine eigene, quasi, Render-Engine damit aus, die eben komplett bis runter geht ins System und das Ganze auch sehr herverwandt macht. Ja, aber ich dachte, das ist alles ein Canvas, das ist doch genau wie, als würde man einen Webbrowser simulieren. I don't know. Okay, aber das ist vielleicht auch ganz wichtig, also dass halt... Oder ist das nur, wenn man das als Webseite macht? Das ist eben nicht nur so eine Art JavaScript-Übersetzung ist, und es ist modern, also mit Reactive-Methoden. Genau, Installationen kann man nachlesen, speichern jetzt einfach mal. Reactive? Genau, vielleicht interessant ist, dass alles Widgets, also Widgets, also Widgets, ist eben dieses... Ich habe mal eine Frage, was ist denn Reactive? Warte mal, hat er gerade Reactive gesagt? Vielleicht ist es ja etwas, das ich nicht kenne. Vielleicht ist es ein Synonym zu Responsive. Hier, Reactive Webdesign ist wohl ein Ding. Ich dachte, es gibt nur Responsive, aber wieder was gelernt, Leute. Dingsbums würde ich sagen, kann man übersetzen mit Dingsbums, also Gadget, Windows Gadget, Dingsbums für den Bildschirm. Gadget heißt eben Dingsbums, und Widget ist ja so ein Begriff, der... Oh mein Gott, das Vokabular könnte von mir kommen, stark. Windows und Gadget. Und es ist eben alles ein Widget, und da sieht man mal, da habe ich mal versucht, das so zu gliedern, irgendwo. Es gibt vor allem zwei Dinge. Es gibt ein Stateless Widget und ein Stateful Widget. Und wie der Name schon sagt, Stateless hat natürlich keinen State. Das sind diese Final, diese Mutable Klassen auch, die da drin stecken irgendwo. Das heißt, zum Beispiel Text ist dann einfach was, was in Mutable ist. Das wird dann nicht mehr geändert. Ich muss halt einfach neuen Text machen. Und dann gibt es natürlich Stateful Widgets, und die können dann eben einen Zustand haben. Und den Zustand muss ich aber extra programmieren. Und das muss man auch sagen, also das ist vielleicht auch ganz wichtig, vielleicht, auch wenn wir jetzt nicht mehr komplett durch den Code gehen können dann am Schluss, es ist auf jeden Fall wichtig zu verstehen, dass die Stateful Widgets haben einzelne States, und die muss ich natürlich extra implementieren. Das heißt, ich habe da verschiedene States, die zu passend zu einem Stateful Widget immer da sind. Das kann man vielleicht gerne mal an einem Beispiel sehen. Und die haben dann immer auch, genauso wie diese Stateless Widgets, eine Methode Build, und die bekommen den Kontext mit. Der Kontext ist quasi die Umgebung, die von außen, oder auch die älteren Widgets, die kommen da mit rein. Genau, und dann kann ich dann verschiedene States mit einer Methode SetState ändern. Das sind dann einfach State Variablen, die ändere ich dann. Ich gehe jetzt einmal schnell durch, was da noch gibt es ja natürlich sowas wie Navigation. Leute, lange halte ich das nicht mehr aus mit den Frames hier. Wir gibt es dann Navigators und dann Routes, aber Routes sind eigentlich nichts anderes, wie auch die Widgets, natürlich. Und Routes, also wie ich das immer so verstehe, man könnte eigentlich auch sagen Screens, also man hätte es auch Screens ändern können, aber Routes ist natürlich irgendwie so eine Art Navigationsroute. Aus dem Web kommt das doch, oder? Sieht man hier, mit Push und Pop irgendwo in die Navigation, in den Navigator reintun und mit Pop wieder raus. Das ist so wie beim Browser vor- und zurücknavigieren, kann man sagen. Ja, ich denke der Begriff Routes kommt aus dem Web Framework und so wird es ja auch verwendet. Das ist im Prinzip unsichtbar, das sind dann solche Dinge wie zum Beispiel allein oder Center. Das heißt, da sieht man schon auch, diese ganzen Leerart-Geschichten, die man so hat, wo ich dann eigentlich sichtbare Widgets reintun. Also zum Beispiel das Center kann ein Child haben, das kann natürlich wieder ein Widget sein, zum Beispiel Text. Also so kann ich das im Prinzip aufbauen, das Ganze. Gut, das sieht man auch schon, jetzt wird es vielleicht nochmal klarer, was ich da meine. Also es gibt keine, wenn man jetzt Android entwickelt, gibt es ja so irgendwelche XML-Layerouts und sowas und auch in, was weiß ich, .NET oder so. Das gibt es hier nicht. Es gibt quasi keine weitere Sprache und zwar deswegen, weil eben Dart mächtig genug ist, um das Ganze sowas wie XML auch abzubilden. Und hier zum Beispiel, da sieht man jetzt mal auf der rechten Seite, habe ich jetzt einfach mal so eine Art HTML-Struktur und das gleiche hier in Dart. Ich mag hier HTML-Leute. Ich finde HTML schreiben eigentlich ganz geil. Und diese Abstraktion bin ich nicht so der Fan von Dart. Und Padding könnte ich auch schreiben New Padding, mache ich aber nicht, weil ich brauche das New oder nicht. Und da habe ich zum Beispiel hier einen benannten Parameter, nämlich auch wieder Padding und der bekommt dann wieder ein Widget, nämlich so ein Widget. Layout-Widget mit und ich sage dann, okay, die Ecken sollen irgendwie einrücken, 8 Pixel in jede Richtung. Und als ein Child bekommt das Padding dann zum Beispiel ein Center-Widget und das Ganze bekommt dann ein Text-Widget und da steht dann ALO drauf. Also das wäre im Prinzip sowas wie in XML oder in HTML würde ich es jetzt so ausdrücken. Und das Ganze kann ich natürlich hier in Dart und in Platter eben auch machen mit Dart an sich. Und es gibt auch an sich, jetzt wenn man das Ganze installiert, Android Studio oder ich habe das jetzt auch einmal, arbeite hier gerne mit Visual Studio Code, dann hat man da keinen Layout-Bilder, wo ich dann irgendwie Sachen rumrutsche und dann hin und her ziehe. Das mache ich da eigentlich nicht, weil, ich meine, man kennt es ja auch, vielleicht haben sich einige schon geärgert mit diesen Layout-Bildern, aber dass das einfach nie ist, das ist, was man eigentlich haben will. Das ist halt, what you seal is what you get, aber nicht, what you get is not always that what you want, im Prinzip, kann man sagen, das ist halt das. Aha, von dem Spruch habe ich noch nie gehört. Ich zeige mal kurz, so eine Art der Infrastruktur, da geht es darum, einfach mal eine Liste aufzubauen, das sieht man jetzt hier, ich muss jetzt echt mal ein bisschen nicht schicken. Man hat hier im Prinzip einen List-View und in dem List-View hat man dann so schön geinkte Sachen drin, zum Beispiel einfach irgendwelche Zeilen und die Zeilen bestehen dann eben aus einem Icon und einem Text. Das soll jetzt, das soll einfach Fußballergebnisse als Tabelle quasi sein, oder irgendwo. Und das kann man eben hier so aufbauen und das Ganze funktioniert dann eben auch so, da ist eben eine Schleife drin, 30 Einträge jetzt hier mal fest reinkodiert. Dann mache ich ein InQuell-Element, also das ist im Prinzip hier eins von diesen Dingen und das adde ich dann zu diesen einzelnen Widget-Elementen in dieser Liste. Das heißt, da kriege ich dann eine Liste und die Liste, die wird dann eben hier als List-View, als List-View-Widget, da wird die Liste übergeben, Children und dann habe ich die Liste. Also so funktioniert das dann und da baue ich mir, im Prinzip programmiere ich mir meine Layouts mehr, als dass ich die natürlich irgendwo visuell gestalte. Das Tolle, da kommen jetzt wahrscheinlich auch noch mal dazu, es gibt dieses Hot Reload. Das heißt, während ich tippe und das Ganze wieder speichere, ändert sich der Code wirklich im, ich kann es mal kurz sagen, ich habe es im Offen, Moment, ich muss mal kurz das mal jetzt schon noch schnell. Zum Beispiel, zum Beispiel mein Spielchen, also ich habe da so ein Spiel gemacht, achso, das ist jetzt irgendwie vergrößert hier, musst du wieder kleiner werden. Genau, Chicken Maze heißt das Ding, wenn ich jetzt den Namen zum Beispiel hier ändere. Geiler Zufall. Chicken Maze 2 speichere, dann müsste es eigentlich hier sofort Hot Reload, dann habe ich das Ganze gleich. Und so kann ich eigentlich alles ändern, ich würde es euch gerne zeigen, aber das ist jetzt voll direkt. Und dann habe ich das eben gleich sofort in meinem Simulator oder auch am Handy geändert, spart man natürlich im Endeffekt viel Arbeit. Das ist die gute Nachricht, die schlechte ist, das funktioniert natürlich bei vielen Sachen nicht so gut, wenn nämlich ich irgendwelche Sachen initialisieren und danach nicht mehr anfassen. Das heißt, dann bleibt es irgendwie so, das heißt, das spart man dann vielleicht schon beim Layout und beim Design die Arbeit und deswegen brauche ich eigentlich keinen Layout-Bilder, weil ich sehe halt gleich, ich habe echt ein Ergebnis, wie es eben aussieht. Also das ist eigentlich das Schöne dran. Ja, genau. Da kann man ein Schwert machen, oder? Dann kann ich natürlich auch dynamische Layouts aufbauen. Ich habe hier so eine Adresse, das Beispiel kann ja durchgehen, wo ich zum Beispiel so eine JSON-Datei mit dem, das war eben letztes Jahr World Cup, jetzt sind wir leider nicht so weit gekommen, da kann ich hier die Fußballergebnisse eben abrufen. Das hat auch einer live immer mitkodiert, das war dann auch ein weiterer Nerd, der eben das alles auf GitHub hochgeladen hat, da kommt man dann gleich abrufen. Was man hier jetzt braucht, sind diese ASIC-Dinge, das heißt, da warte ich im Prinzip auf die Fußballergebnisse. Und da haben wir jetzt auch mal ein schönes Beispiel, das werde jetzt noch durchkaren, denke ich, das kann man glaube ich noch machen, für so ein Stateful-Widget. Das heißt, weil es immer gleich aufgebaut ist. Ich habe eben etwas, was von Stateful-Widget erbt. Und dann habe ich eine Methode, die ich überschreiben muss, Create-State, und die erwartet, also die will dann eben einen State vom Typ Stateful-Widget zurückgeben. Und dann mache ich hier einen State, und der erbt jetzt von State-Football-App. Irgendwie ist hier besonders hart, ich nehme an, weil hier die Kühe und die Gold-Farm gleichzeitig geladen wird. Noch eher als unten nur die Kühe, aber es ist nur eine Vermutung, keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Und den kann ich dann hier verwenden. Das muss man ein paar Mal gemacht haben, um sich da irgendwo, ist ein bisschen schwierig da reinzukommen vom Denken her. Auf jeden Fall habe ich dann hier diesen State, und bei Build macht der quasi auch wirklich dieses Ding hier. Das heißt, das wird hier diese App, die wird hier gemacht, das wird aufgerufen, das Bild ist das Erste. Das gibt dann ein Widget zurück, das dargestellt wird. Es gibt eine Methode, die ich überschreiben kann, die heißt InitState, wo ich Initialisierungen machen kann. Und, was auch noch interessant ist, der State selber, das ist im Prinzip alles an Variablen, den ich eben jetzt, an Objektvariablen, die ich eben in dieser State-Klasse habe, zum Beispiel meine Liste an einzelnen Fußballergebnissen, die sind natürlich auch wieder Widgets, ist ja klar. Weil alles so Widgets ist, irgendwo. Und ich muss immer eine SetState-Methode verwenden, um die State zu erinnern. Ich dachte mir doch, das ist so eine Lambda-Funktion. Also hier Parameter-Klammern und hier Geschweifte-Klammern. Das heißt, diese SetState-Methode bekommt eine Lambda-Funktion. Zum Beispiel, hier mal eine kleine Note, sein Zuhause unten am Bedrock zu bauen, ist natürlich immer ein Struggle, wenn man halt mal eine Baumfarm oder eine Kuhfarm anlegen will, weil man den ganzen Kram weggraben muss. Aber da man so tief ist, findet man beim Ausheben immer Diamanten, anstatt dass man Ressourcen verbraucht, um Blöcke zu setzen, um irgendwie ein Haus zu bauen oder einen Zaun oder was auch immer, spart man sich Baumaterial beim Hausbau und findet oft Diamanten, gerade weil man hier auf der Diamantenhöhe ist. Also ist eigentlich, gerade auch auf Servern ohne Regeln, wo man sich vor Griefern versteckt. Ja gut, ich habe oben meinen fetten, wie hieß das Teil? Beacon heißen die, ne? Meinen fetten Beacon-Strahl, der allen zeigt, wo ich bin. Aber also ich meine allgemein, so vom Konzept her, ist das ganz geil, eigentlich sich an Bedrock höher aufzuhalten und da so seine Base zu bauen. Kann ich nur empfehlen, aus den bisherigen Erfahrungen. Also man kann ja wirklich alles hier unten machen. Man ist dann auch gerade nicht mehr so abhängig von Tag und Nacht, merkst du hier nichts von. Es gibt nicht diese Phantoms, die hier rumfliegen. Also ist schon eigentlich, hat schon viele Vorteile, hier unten so zu chillen. Ja, gerade wenn man schon ein paar Tools hat, wie ein paar gute Picker-Access und so weiter, dann, ja, am Anfang ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber wenn man schon ein paar Tools hat, ja, kann ich nur empfehlen. Das war meine tägliche Minecraft-Weisheit hier. Weiter geht's mit dem Flutter-Video bei 40 Minuten und 9 Sekunden. Also das hat gewisse Gründe, das zu machen, weil eben das System immer überprüft, ob sich was da drin an Variablen geändert hat. Und dann wird eben das ganze Widget aktualisiert und neu gezeigt. Und was man ja gerade schon gesehen hat, bei dem, wenn ich da... Nein, die Frames sind immer noch über 10, okay. ...was ich hier dann tut. Also das ist eben dann so Reactive-Programmierung. So, ich gehe mal kurz weiter. Ich verlasse jetzt dieses Fußballergebnis. Ich wollte jetzt eben eigentlich nur das Spiel vorstellen. Ach, das ist Reactive. Das ist kein Synonym zu Responsive, sondern dass es halt reagiert, wie das Wort schon sagt. Das sind nur so kleine Spielchen, Beispiel-Spielchen meine ich, sondern noch mal ein größeres Spiel. Ich habe das dann quasi auch durchprogrammiert. Und ich kann sagen, es funktioniert. Da werden wir jetzt nicht mehr so ganz dazu kommen. An sich gibt es da verschiedene weitere Packages auch, die ich eben nicht mit Pubs, sondern mit Flutter-Packages jetzt installieren kann. Zum Beispiel eine Game-Engine, die relativ rudimentär ist. Die heißt Flame. Mit der habe ich eben das Spiel auch umgesetzt. Was man da vielleicht auch noch zu so einer Projektstruktur sagen muss. Ich muss bei Flutter immer die Assets angeben. Also auch die ganzen Bilder, die ich verwende. Assets. Oder auch zum Beispiel Musik oder so. Und die müssen dann in einem Pfad drin liegen. Ich bin so ein neunmal klug, Leute. Ich gehe mir selber auf den Sack, wenn ich die Leute korrigiere. Aber Assets. Das muss ich dann auch machen. Ich muss die Ressourcen alle angeben. Zu Flame vielleicht noch. Ja, das bietet jetzt relativ wenig, aber es reicht. Es bietet animierte Sprites, es bietet Time-Maps, sowas wie Parallaxe, Physix, Audio und Input. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ich brauche, ist halt der 2D-Engine. Ja, ich habe da zum Beispiel noch, das kann man noch als Tipp geben, es gibt einen Time-Map-Editor, der heißt Tiles, das ist auch so ein Open-Source-Projekt. Habe ich auch verlinkt, wenn man die Folien irgendwie kriegt. Damit habe ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Labyrinthe dann gemacht, eben mit Tiles und so. Kann man dann abspeichern. Das ist dann so eine XML-Datei. Da geht es einen eher drauf ein. Da gibt es halt verschiedene Layers für Tiles. Das Ganze wird dann, muss man aufpassen, muss man auf Z-Lib-Kompression stellen, sonst kannst du das Flame nicht lesen. Und da werden halt dann diese ganzen Teil-Informationen eben gespeichert als komprimierte Time-Grip-Frames. Und dann kann man das Ganze auch verwenden. Man bindet einfach Tiles ein. Oh, Lidy ist auch nicht mehr da. Ich sage ja, dass es ein und dieselbe Person mit seinen zwei Accounts haben. Und kann dann eben eine neue Tile-Komponent mit dieser Tile-Teilung einlesen. Und dann muss man natürlich schon sagen, okay, die wird natürlich eingelassen, dauert seine Zeit. Deswegen braucht man so eine Future-Methode. Da muss ich sagen, dann Tiles.Future.Then initialize gleich True zum Beispiel. Das heißt, ich kann die nicht vorher zeigen, aber vorher ist ein initialisiertes Einladen, geht nicht instantan. Und dann kann ich halt dann Sachen machen und so. Und dann kann ich es am Schluss mit Tiles.Render rendern. Und habe dann im Endeffekt auch ein Tiles-Bildschirm. Ich kann es mal kurz zeigen. Ich starte einfach mal das Spiel. Mal schauen, jetzt bin ich hier wieder auf die... Ach, ich habe hier berutscht. Die Maus. Ah, ich habe hier eine Maus. Kann ich das ziehen? Ah ja, okay. So. Jetzt ist es irgendwie weg, das Ganze. Jetzt muss ich wieder... Schade. Ich wollte es eigentlich zeigen, Vorführeffekt. Es ist weg. Das Spiel weg. Ah, nochmal irgendwie... Ich rede einfach weiter dann und starte das Ganze nochmal. Vielleicht kommt es dann nochmal. So, okay. Also, Hot Reload, wie gesagt, ist so eine Sache. Gut. Es gibt Sprites, da kann ich nochmal kurz das erzählen, wie das mit den Sprites funktioniert. Ich kann da so eine Sprite-Map machen mit verschiedenen Animationsstufen. Jetzt vor dem Huhn zum Beispiel. Das ist hier so, da unten die Idle Animation. Das zieht den Kopf ein und macht das Auge zu. Und dann kann ich eben eine Animation machen mit Variable Sequence. Kann ich sagen, okay, ich hätte gerne verschiedene... Also, dass die nicht immer gleich lang da bleiben, sondern ich gebe hier einfach die Länge als Liste an. Sag ihm hier 20 Frames... Finde ich geil, dass er jetzt in die Flame-Aim-Engine reingeht. Er guckt nur mal kurz nach vorne. Kann unerwartet, aber appreciierte ich auf jeden Fall. 5 Sekunden guckt sie ihm so. Also, das kann ich machen. Dann gebe ich die Position an. Das heißt, in meinem Time-Map, also X-Position 0, Y-Position eben Rasterweite mal 2, also dann die unteren. Und dann kann ich eben sagen, okay, und dann kann ich sagen, es soll auch loopen. Und dann habe ich eine Animation, diese Idle Animation. Und die kann ich dann mit Get eben verfügbar machen. Und dann kann ich das Ganze also in meinem Render, in meiner Render Loop dann auch verwenden und kann dann einfach sagen, okay, Current Animation ist Animation Idle, wenn ich eben nichts mache, längere Zeit. Und dann kann ich die Animation Updaten in der Render Loop und kann dann sagen, okay, ich hole mir den Sprite und rendere den an der Position in meinem Zeichenobjekt. Das kennen wir ja vielleicht auch schon so ähnlich. Ist es dann auch wieder wie bei eben jetzt früher auch bei Android und kann dann eben die Position angeben. Da gibt es eine extra Klasse dafür, wo ich eben 2 X und Y Komponenten eben jeweils habe, um die Position anzugeben. Genau, und dann kann ich das Hunde da zeichnen. Ja, genau. Und das Ganze wird dann eben eingebunden, jetzt haben wir auch schon das Große und Ganze hier, in eine Klasse, die leitet von Base Game ab und die Methode Render, die ich dann überschreibe, die gibt mir dann eine Zeichenfläche, ein Canvas-Objekt und auf das kann ich dann zeichnen. Ich kann auch Scale, Translate machen, kann dann quasi meine Teilmap rumschieben, eine Position, kann dann meine, was weiß ich, mein Labyrinth rendern und dann eben das Chicken drauf und kann dann zum Beispiel sagen, okay, wenn die Leben von dem Chicken, also wenn ich sage, das ist jetzt so und so oft gekillt worden und dann ist es eben weg, meine Leben, dann kann ich zum Beispiel sagen, ich navigiere mit diesem Navigator in so ein Game Overs, dann kann ich sagen, Navigator of Context, dann hier Push, Replace, Named, Game Overs, Page, Puncturout und das ist eben einfach nur ein String, den ich da angeben kann und dann eben sucht sich der den entsprechenden Screen raus und wechselt. Schauen wir mal, ob das mit dem Chicken noch funktioniert, irgendwie mag das Ding jetzt gar nicht mehr. Ich bin da irgendwie reingezogen und wieder raus, nutze es irgendwie weg. Ja, also es funktioniert, ist halt jetzt gerade nicht anschaulich, ach so, es tut immer noch, ja gut, also das dauert natürlich dann schon manchmal, das heißt irgendwie, sorry, das erste Mal starten und manchmal dauert es ein bisschen, muss man warten, manchmal braucht es ja irgendwie Internet oder so, ja, keine Ahnung, was jetzt ist, es installiert noch und da warten wir jetzt aber nicht so lange. Wie gesagt, ich habe ja vor, das Ganze dann irgendwann mal auch in den App Store zu laden, chicken-mäßig, ich weiß nicht, ob es noch umbenennt, ich werde es vielleicht auch irgendwie Open Source machen und dann irgendwie auf GitHub als Referenzspiel hochladen, damit man mal schauen kann, wie so eine größere Anwendung funktioniert. Also ich habe dann auch alles mögliche versucht, zum Beispiel so etwas wie, was weiß ich, Werbeeinblendung, die Verknüpfung mit irgendwie Firestore und die ganzen Sachen, die man so eigentlich braucht, mit, was weiß ich, serverseitige Anbindung, Mehrsprachigkeit und so, das ist alles mit implementiert. Da fehlt uns natürlich die Zeit. Ich habe halt einmal versucht, alles zu implementieren, was man eben so braucht, um eben jetzt ein Spiel zu machen oder überhaupt einmal eine vernünftige Sache, weil bisher habe ich eben nur so kurze Beispiele gefunden, die eben jetzt nicht irgendwie quasi halt realitätsnah sind und dann habe ich gedacht, ich programmiere jetzt einmal eine größere Sache und es war, muss man auch sagen, erst mal nicht so leicht, weil sich auch zum Teil was geändert hat, zum Teil auch an diesen Packages, was geändert hat, auch bei dem Flame zum Beispiel, hat sich immer wieder was geändert. Dann musste man das Ganze wieder komplett umarbeiten. Ja, ich habe die Diamanten gesehen heute. Aber es, glaube ich, lohnt sich, weil, wie gesagt, es verlockt es halt dann auch mit Multi-Plattform-Programmierung und was ich jetzt, oder was Sie vielleicht auch schon gesehen haben, die letzten Meldungen waren ja irgendwie, dass es da auch so etwas gibt, wie, was weiß ich, Desktop-Versionen oder auch Web-Versionen von den Flutter. Das heißt, da kann man bestimmt dann auch mit einer Code-Basis relativ viel machen. Und ja, das waren jetzt so meine Erfahrungen und ich hoffe, das war jetzt so auch ein guter Überblick und bedanke mich fürs Zuhören und ich habe hier noch ein paar Links, ich hoffe, die kann man dann alle auch irgendwie nochmal nachlesen oder nachschauen. Wenn man dann sich das Ganze nochmal vielleicht irgendwie halt dann nochmal als Video anschauen will, dann Media CCC, kann man das ja dann bestimmt sehen. Und da kann man die Links auch sehen. Jetzt würde ich sagen, gibt es noch Fragen? Ich meine, wir haben ja Zeit, glaube ich, ein bisschen, weil danach gibt es ja keine Talks mehr, aber jetzt habe ich gerne noch, eben bin ich eben zu, ja, sieht man mal, okay, hoppala, gut, das war jetzt nicht beabsichtigt, Don't Send. Es geht, ich kann es jetzt nochmal versuchen, weil jetzt ist ja endgültig abgestürzt, das Ganze, vielleicht kommt ja das Spiel am Schluss nochmal irgendwo. Halt. So, was nehmen wir denn das Ding? Schauen wir mal, ob es da nochmal startet, dann sehen Sie es vielleicht sogar noch am Schluss oder hier. Genau, okay, gibt es Fragen? Endgültig jetzt mal. Oh, kannst du mal, gehen wir von vorn nach hinten oder gehen wir die ersten, weil die hinteren waren zuerst da, ja, bitte? Ja, vielen Dank, vielen Dank für den Talk. Ja, ich wollte fragen, wie es da hat und Flutter ihrer Meinung aussieht mit testgetriebener Softwareentwicklung. Bitte, mit was? Mit testgetriebener Softwareentwicklung. Achso, ja, sehr gut sogar, also da gibt es sogar, es werden auch immer Tests mit angelegt, wenn man jetzt zum Beispiel mit Android Studio arbeitet, legt der auch immer extra so einen Testordner an. Was da auch interessant ist, ist es wirklich so eine Art Guil-Tests, das heißt, man kann sowas simulieren wie Push auf irgendwelche Buttons oder irgendwelche, also man kann sagen, im Testfall drücke auf den Button und dann erwarte ich das und das. Das heißt, man kann wirklich diese Guil auch testen, das ist da auch mit integriert. Das funktioniert auch sehr gut, habe ich auch schon probiert. Ja, also wie gesagt, ist auf jeden Fall mit drinnen. Und da sogar diese, weil es ist ja vor allem ein Guil-Framework, würde ich sagen, und da gibt es eben auch diese Guil-Tests, die man damit anlegen kann. Da gibt es dann so einzelne Keys, wo man dann die einzelnen Dinge eben mit so einer ID versehen kann und dann auf diese ID eben irgendeine Aktion auslösen kann. Also das kann man dann relativ schön machen. Das heißt, jedes Widget hat so einen optionalen Parameter-Key, wo man eben einen individuellen Key, eine ID reingeben kann und dann durch eben, die wieder die Sachen identifizieren kann und dann eben sagen kann, dass sie sich on-place oder sowas sagen. Okay, war das jetzt soweit? Ja? Gut. Hallo? Ja? Sie hatten vorhin die Configs angesprochen, XMX-XAML oder wie sie hießt. Ja, YAML. Kann man sich das wie Maven vorstellen, dass man an Dependencies runterladen kann oder ist das was anderes? Ja, es ist schon so ähnlich. Es ist halt, es ist erstens mal Konfiguration und auch Package-Management. Das heißt, da wird geguckt, was habe ich für Abhängigkeiten auch. Das heißt, ich kann das auch relativ, gibt es sogar eine eigene Syntax dann von dieser Versionierung. Da gibt es dieses Dach-Symbol, das bedeutet dann eben bis zu der und der Major-Version möchte ich irgendwas, kann ich was verwenden und so weiter. Also das heißt, ich kann da so größer, kleiner, gleich Ausdrücke auch angeben, wo ich angeben kann, was für Versionen eben mein Ding benötigt und so. Und dann wird das auch über dieses Flutter-Get oder Pub-Get eben in so eine Art Repository eben dann runtergeladen und dann kann man das verwenden und so. Sehr gut, Dankeschön. Zweite Frage noch, welche Endgeräte kann man mit dem kompilierten Code erreichen? Ja, das kommt jetzt drauf an. Also normalerweise funktioniert es wirklich eins zu eins auf Android und auf iOS. Das sind also so die, würde ich sagen, die Zielplattformen Android und iOS. Und ich würde auch sagen, dass Android mehr trotzdem mehr unterstützt, wird. Das liegt einfach daran, dass wenn ich zum Beispiel so eine so eine Erweiterung selber schreibe und dann nativ irgendwas anbinde, dann muss ich das natürlich machen für Android in Java, meinetwegen, oder was weiß ich, was es da gibt für Sprachen. und dann muss ich das gleiche aber noch für iOS auch noch machen. Das hilft oder so. Das heißt, ich muss das dann beides implementieren. Dann kann es ja nicht passieren, dass das eine, die eine native Implementierung in einem Bug hat und die andere nicht oder so. Das gibt es auch oft. dass die das nicht so gut testen oder dass es zum Beispiel eine fehlende iOS-Implementierung gibt oder so. Das gibt es auch. Da muss man halt dann, da gibt es auch so ein Verzeichnis, auch auf irgendwo Flutter-Packages, gibt es so eine große Verzeichnis, da sieht man dann, was da da ist. Meistens ist es dann auch auf GitHub, da kann man auch in den Code reinschauen. Und was jetzt in Zukunft, vielleicht noch zu der Frage, was da noch unterstützt werden soll, ist ja auch wie gesagt, Desktop-Anwendungen oder man soll eben, was weiß ich, Windows, Linux oder Mac OS X Desktop-Anwendungen machen können. Man soll auch, gibt es wohl auch schon experimentell für irgendwie so Geräte wie Raspberry zum Beispiel kann man es auch schon nehmen. Es gibt auch jetzt eine Web-Version, da funktionieren natürlich diese Plug-Ins dann wieder nicht mehr. Wenn man sagt, da habe ich jetzt irgendwas, was am Handy funktioniert, was jetzt zum Beispiel auf einen Sensor reagiert oder so, Beschleunigungssensor, geht das natürlich nicht auf dem Web-Browser dann in dem Sinn erst mal. Aber es soll wohl wirklich so eine quasi universelle GUI-Anwendung sein und das ist schon spannend, finde ich. Also das ist, finde ich, da kann man sich schon darauf einlassen. Und vor allem ist, finde ich, die Programmierung relativ nah, an dem, was man ja so kennt. Gibt es noch Fragen? Wie sieht das mit den Lizenzen dort aus? Ich bin mir jetzt, ich habe es mir angeguckt, aber ich weiß es jetzt nicht ganz, aber ich glaube, das ist auch komplett frei. Also das heißt, da gibt es ja GitHub-Repository, da kann man auch schauen. Da gibt es so eine Readme-MD-Markdown, da steht dann bestimmt auch was um die Lizenz. wobei ich denke, dass es komplett frei ist, das Ganze. Also das ist ebenso, also ich schaue ja schon immer auf die Lizenzen, wird auch jetzt nichts verwenden, habe da bis jetzt eigentlich auch noch nichts gesehen, was jetzt irgendwo eingeschränkt wird. Also das ist im Prinzip alles, ich bin jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, welche Lizenz das direkt ist, aber das sind, glaube ich, sehr offene Lizenzen, sodass man das eben was Wichtiges eben auch für kommerzielle Projekte verwenden kann. Also das ganze Ding ist MIT, aber wenn man damit ein Spiel macht, muss man denen was abdrücken. Ja, nee, es ist nun mal MIT. Ich glaube, weiter vorne, jetzt waren Sie noch mal, Sie mit dem Bart, genau, vielleicht doch, weil der Herr, der sitzt hier in der vierten Reihe, genau, weil der war, glaube ich, jetzt schon länger. Ja, die Frage wäre, kann ich mit dem Dart direkt auf zum Beispiel Android-API zugreifen, also zum Beispiel direkt einen Sensor abfragen? Also ich finde hier auf die Schnelle nichts. Das heißt, ich muss eigentlich so eine, ich kann im Prinzip schon nativ programmieren, aber ich brauche eine, ich weiß nicht, eine Gegenstelle. Das heißt, ich muss im Prinzip so eine Art Methode ausrufen, die... Warte mal, oder wenn das Framework in MIT geschrieben ist oder die Engine, heißt es dann, dass wenn ich das verwende, dass das auch unter, also das dann auch MIT gilt oder gibt es dann noch extra Lizenzen, die gelten, wenn ich eigene Spiele damit mache, dass dann, dass die MIT nur auf die, auf den Source-Code von der Engine selber greift, sprich, wenn ich Modifikationen an der Engine machen will oder so, aber wenn ich eigene Spiele unter der Verwendung der Engine mache, dass da dann andere Sachen gelten, dass ich zum Beispiel Gewinn abdrücken muss und so weiter. Also das ist ja bei der Unreal Engine muss man ja Gewinn abdrücken oder sogar Geld zahlen. Ne, ich glaube, abnehmen, ich weiß es nicht mehr, aber bei Unreal Engine muss man auf jeden Fall irgendwie, ich denke, auf jeden Fall Gewinn abdrücken ab einer gewissen Größe und ich denke, das hat wenig damit zu tun, unter welcher Lizenz der Unreal Engine in Source-Code lizenziert ist. Deswegen, ja, ist eigentlich doch eine interessante Frage, wie das mit den Lizenzen aussieht. Bevor man sich ewig da rein arbeitet und dann was mit Flame baut und dann Get Rich Fast wird und dann kommt Flame daher und sagt, yo, gib mal all dein Geld her. Ist natürlich immer ungünstig, das dann irgendwie eine Methode als String übergibt irgendwie und dann muss ich das irgendwie auswerten. Also das heißt, ich kann sagen, ich sende eine Nachricht und kriege dann, empfange die dann auf der nativen Seite, werte die aus und sende die zurück zu meinem Dart oder zu meinem Flutter. Okay, wie bin ich dann das native ein? Muss ich dann eine komplette zweite App schreiben oder eine Library? Ne, ne, also man macht das, ja, also es ist eigentlich relativ simpel, man macht halt einfach eine Java-Klasse und da ist halt meine Methode drin, die ich aufrufe. Und diese, es gibt halt, mal schauen, ob ich es mal gerade finde, also, ich habe halt hier meine, diese ganzen Dart-Files, beziehungsweise ein Blit-Verzeichnis und dann gibt es natürlich hier auch noch irgendwo ein Android-Verzeichnis. Moment, äh, so, ja, ja, Mensch, ja, manchmal, da sehe ich dann immer den Wald verlatter Bäume nicht, genau, dann geht es halt hier irgendwie rein und dann irgendwo da drinnen, ähm, genau, hier, da gibt es hier, gibt es jetzt, habe ich, das habe ich ja gerade nicht verwendet, da kann ich hier im Prinzip eine Methode schreiben, die sowas empfängt, so ein Signal, und dann, also hier drinnen direkt, und dann kann ich halt sagen, okay, lese den Sensor aus, schicken wir zum Beispiel, das wird ja quasi auch immer mit automatisch mit rein generiert, also diese, wenn ich quasi jetzt, sonst könnte ich hier die Anwendung ja gar nicht starten, es wird quasi so ein Android-Skelet noch mit rein generiert, und da kann ich aber Code noch reinschreiben und auch noch ergänzen, und so. Dankeschön. Weitere Fragen? Ja, also ich habe Zeit, also wir haben ja danach, glaube ich, ich habe keinen Talks, Sie können ganz abfragen. Also für eine Frage, aber auf jeden Fall noch Zeit. Genau. Zwang, hier ist noch jemand, da auf der anderen Seite, ja genau. Boah, mein Schädel langsam, also diese, die Frames. Also wie funktioniert die, also wie performant ist die? Äh, ja, Moment, jetzt muss man halt übernachten, also es ist auf jeden Fall nicht so, dass man irgendwelche Destruktoren oder so, oder Objekte wieder zerstören muss, das muss man nicht machen, das heißt, äh, es gibt eine Garbage Collection, das ist aber auch so, dass die das ein bisschen vermeiden wollen, und zwar durch diese, äh, unzerstörbaren, immutable Sachen, das heißt, die sind final, ne, das heißt, äh, die verändert sich auch nicht mehr und die sind relativ performant und so wie ich das jetzt auch gesehen habe, sind die quasi auch performanter als die Sachen mit einem State, weil die, die muss man quasi dann immer wieder handeln und so, ähm, mit der Garbage Collection an sich, äh, da kann ich jetzt eigentlich nichts drüber sagen, die gibt's, ziemlich sicher, weil sonst, äh, wird's halt funktionieren, das Ganze, also, aber da, da habe ich jetzt ehrlich gesagt, äh, bin ich jetzt gar nicht so damit befasst, genau, aber es ist, äh, auf jeden Fall mit Garbage Collection, es gibt kein Delete oder sowas, oder, ich muss keine Destruktoren aufrufen, oder sowas. Danke. Naja, Rust hat auch keine Garbage Collection, es gibt kein Delete und du musst keine Destruktoren aufrufen. Hey, hey. Okay, noch Fragen? Okay. Bitte? Achso, das Chicken, ja, jetzt zu guter Letzt, Schauen wir mal, ob es jetzt läuft, das heißt, genau, Start Game und dann kann ich hier, dann muss ich hier noch vielleicht irgendwelchen Rahmen eintragen und, äh, genau, und dann kann ich hier rumlaufen, gibt es sogar Sound dazu, wahrscheinlich, das sieht aus wie eine Katze, ist das ein Chicken hier? Ach nee, da oben ist das Chicken, ah, da unten ist irgendein Mann aus, wie ich mir da ein Fuchs. Egal, ohne Sound diesmal, äh, ich laufe jetzt mal los hier, kann ich hier dann die Körnchen sammeln und, äh, ich hab da, also das ist der erste Level, ist halt wirklich klein, da hab ich dann irgendwie so, welche Kraftpillen, kann ich dann den Fuchs fressen sogar, und kann dann, du? Ja, genau, ähm, und jetzt, gut, ähm, da hat jetzt was geändert, jetzt müsst ihr eigentlich, ja, jetzt bringt er nämlich eine Werbung, das heißt, der näht jetzt Werbung, Internetverbindung ist schlecht, aber jetzt geht's weiter, und jetzt kann ihr halt hier irgendwie, äh, das dauert offensichtlich manchmal, äh, unterschiedlich lange, man kann hier halt hier irgendwie weiterlaufen und kann hier, oh, Mist, jetzt kommt wieder Werbung, und, äh, ja, das ist halt jetzt doof hier zum Steuern auch, ich muss mal die Maus nehmen, damit geht das jetzt besser, genau, so, krasses Game, ich bin geflascht, okay, aber das war schon, also so funktioniert das dann im Wesentlichen, irgendwann ist Game Over, kann man mal kurz, es ist bestimmt gleich Game Over, ich versuche mal, da nicht da um die Ecke zu schleichen, äh, 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 naja, genau, da habe ich so, neben die Türen öffnen, bin dann im nächsten Level, Werbung, weg, genau, und, oh, so, Game Over, ja, genau, okay, so ist es, dann kann man auch jetzt hier, zum Beispiel mal auch so eine Highscore-Liste abfragen, und so weiter, genau, das ist jetzt hier, okay, klar, gut, stark, ja, Platz 1 bis 17 sind von Test geclaimt in der Highscore-Liste, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, und wünsche noch viel Spaß euch, äh, wisst Bescheid, ähm, oh mein Gott, was ist das denn für ein, ich habe irgendeinen Knopf gedrückt, das ist jetzt so ein halber, Standard an sich, T, ah, mit T kann man, dieses Dings hier, ich habe T gedrückt, ähm, GPN 19, moderne App-Programmierung mit Flutter und Dart, von dem Media CCC Channel, Link ist wie immer in der Beschreibung, genauso wie die IP-Adresse, zu diesem Minecraft-Server hier, ähm, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, bis zum nächsten Mal, 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 bis zum nächsten Mal,